Hallo und herzlich willkommen zurück zu Doom Snap Map. Heute spielen wir mal Baron Isolation. Baron Isolation ist ein Modus, der sich an den Modus von Alien Isolation anlehnt und da funktioniert wie folgt. Also wenn die Marines 20 Minuten überleben, haben sie gewonnen. Wenn ich dreimal einen Teammitglied des Marine Teams töte, dann ist das Spiel vorbei. Die anderen können sich natürlich verstecken und sie haben Minute Volllauf. Und jetzt kann ich loslaufen. So, jetzt bin ich in der wirklichen Map, beziehungsweise ich bin auf der anderen Seite der Karte. Und ich bin wirklich sehr langsam, wie man sieht. Oh, da sind die am Gegner ja schon. So, kriege ich mal den Nameless. Mal gucken, ob ich den kriege. So, komm. Ja, da ist er ja. Oh, los habe ich ihn. Nein, jetzt so. Einer ist schon mal tot. Der andere schießt mich an, weil er die Regeln nicht richtig gelesen hat. So, komm. Ihn kriege ich auch noch. Ja, schießt mich schön weiter an. Bringt jeder mich genau gar nichts. Also, ja, und. Nein, komm, 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 komm. Wie, es wird er der Hateful Nameless. Ich lasse ihn jetzt einfach mal schnell sein. Geh mal den Namen suchen. Ach, cool, wer da drin sitzt. Hallo. Ist nicht ganz so safe, wie es da steht. Die Karte ist extrem groß. So, gehen wir hier mal hoch. Wir sind, der Baron ist eigentlich nicht so langsam. Das in dem Spielmodus ist der Baron extra langsam gemacht, damit die Marines auch vom Baron wegrennen können. Im Prinzip haben die, äh, ist, ist dieses Spike Attack, die ich jetzt gerade gemacht habe, ist dafür da, um die Gegner aus dem Verstecken zu locken oder aus dem Verstecken zu töten. Ich habe als Baron keine Möglichkeit, die Marines... Ah, lass mich in Ruhe. Ah, ich hasse diese Gegner. Nein, geh mir aus dem Weg, die verlangsamt mich nur. Aber, ja, diese Höllenritter haben zwei Funktionen. Und zwar verlangsamen sie den... Oh, es war knapp, es war knapp. Verlangsamen sie den Baron noch mehr. Und zweitens, wenn man ihn, wenn man dieser Marines killt, dann geben die Geld. Und mit dem Geld kann man neue Waffen kaufen. Aber die Waffen bringen in dem Sinn weiter nichts, weil man den Baron ja nicht töten kann. Aber man kann sich damit wieder neues Leben kaufen, um sein Leben wieder aufzufüllen, falls er mit dem Baron nicht mit einem Schlag getötet hat. Oder man kann mir auch Schild kaufen. Oder irgendwelche Power-Ups wie Haste oder so. Die sind aber immer random. So, ich finde die einfach nicht. Hier ist ein Riesen-Gesfeuer. Keine Ahnung, was es hier macht. Jetzt lass mich hier noch Ruhe. Ah, hier, und gehst einfach noch weiter. Okay. Noch mal einen Höllenritter. Wahrscheinlich sind hier keine Marines, weil sie überall Höllenritter sind. So, komm. Irgendwo müssen sie sich... Wieso ist diese Bällewand da? Lass mich durch. Danke. Ah! Ich helfe einfach weiter. Noch mal. Oh mein Gott. Ah, komm jetzt. Nicht hin. So. Dich auch noch. Hier kann ich nicht hin. Mal. Sterbt. Alle. Jetzt. Das ist ein bisschen doof, weil ich glaube, da kann der Marine hin, aber ich kann ihn nicht treffen. Ähm. Naja. Muss man den anderen ja nicht sagen. Da rieber. Hoffentlich finde ich die jetzt noch innerhalb der Zeit. Komm. Weiter durch. Die Karte ist zu groß. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Hier war ich schon mal. Hier geht es nicht weiter. So. Gehen wir wieder zurück. Man muss die Karte auch zuerst leeren, irgendwie. Sonst hat man alles. Oh nein. Au. 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 Ich kriege sogar hier unten keinen Schaden. Au. Genau. Ich nehme jetzt ein schönes Bad hier unten. Wie komme ich hier raus? Komm. Ja. Komm. Nein. Komm. Ah. Geht es so raus? Ja. So geht es raus. Ich gehe da mal runter. Nein. Ich gehe da nicht drunter. Hier geht es. Ah. Komm. Also das Movement mit dem Baron ist sehr mühsam. Wird ich leider sagen. Die Idee ist bisher ziemlich cool, aber sie fühlt sich im Moment gerade nicht richtig ausgeführt, weil es einfach zu wenig Leute sind, die man finden kann. Ein bisschen groß in Karte. Ah. Da ist ja wer. Oh. Ich habe einen gesehen. Wo geht dahin? Ich glaube, der hat mir jetzt ab. Ah. Komm. Gerade wollte ich schon motzen, dass man zu wenig Gegner sieht. Oh Mann. Jetzt hat mich der böde Gegner geblockt. So. Die Türe hier wieder. Wir sind wieder in dem grünen Ruhm. Irgendwie wiederholt sich das Ganze. Ich glaube, ich schlafe im Kreis. Nein, ich kann euch nicht hören. Ja. Du freust dich. Ich freue mich nicht. Ja. Leider wirklich nichts in diese Richtung. Ah. Die. Diese Räume wiederholen sich wirklich. Ich schlafe die ganze Zeit im Kreis. Ja. Noch mal Minuten. Danke. Ich weiß. Ich bin schon wieder in diesem blöden Raum. Ach. Hier hinten geht es ja noch weiter. Hm. Gehen wir mal hier durch. Vielleicht sehen wir hier. Hier waren wir aber auch schon, glaube ich. Stimmt. Jetzt sind wir in einem anderen großen Raum mit einer Treppe und einem. So. Gehen wir noch mal im Kreis. Wer schießt da? Ja. Stopp. Hell Knight. Ha. Er ist gestorben. Jetzt muss ich sie ja nur noch einmal töten. Er ist zwischen Hell Knight gestorben. Cool. Nice. Ha. 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 Mal gucken, ob ich die anderen... Jetzt muss ich nur noch einen töten. Ha. Zu wenig Zeit. Hell Knights für mich angreifend nicht gut ist. Was? Okay. Gehen wir zurück. Okay. Nein. Der war ja nicht. Hm. Wieso schreibt man sowas? Na, ich würde es auch machen. Das ist ja meine erste Runde jetzt sowieso. Ah. Aber das... Oh. Wieso schießt du? Ah. Das war deine letzte Stunde. Und... Nochmal. Gewonnen. Super. Danke, dass du mir gesagt hast, dass du da bist. Hallo zusammen. Ähm... Eigentlich hätte ich noch viel mehr Footage von diesem Modus. Jedoch habe ich leider mein Mikrofon gedacht. Ich müsse mich nicht aufnehmen. Das heißt, ich habe nur meinen Kommentar und alles nachzusynchronisieren. Ist nicht wirklich, dass ich es nicht gerne mache. Deshalb habe ich mich entschieden, die besten Szenen einfach kurz zusammenzuschneiden und hintereinander zu setzen, ohne meinen Kommentar. Jedoch habe dir noch den Voice Chat von den anderen Spielern, der teilweise auch noch richtig lustig ist, weil die Situationen waren teilweise urkomisch, die passiert sind. Vielen Dank fürs Zusehen. Viel Spaß bei den weiteren Clips. Und bis zum nächsten Mal. Hallo! 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 I can hear you oh hello come on nobody in the box I will reach you I can die I will go oh come on don't do this we are friends we are friends Und jetzt sind wir wieder Oh, oh shit I... Just... Give me two seconds Da, come on, es ist back, Eddie No, 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 no No, 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 no No, no, no No, run I think, I think that the pattern should be faster It will be more scarier Yeah, I'm... Yeah, I'm almost... I think something... Oh, hello Come on, you're so fucked Oh, yeah, you are mine You are mine Guys, no No, 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 no Please, please Hey, hey We can talk Yeah But you have still three lives I think it's bugged now No, 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 no I was just kidding Just kidding I'm big and fat You're still there, father No, no, no No, no Maybe you should give this one more try But I kind of shook The hell Das war's für heute. Das war's für heute.